Hallo, schön verdruhende. Willkommen zur, was immer, fünfte Folge von Emily Wants to Play. Äh, so. Ich hoffe, in dieser Folge wird der Herr Daddl nicht wieder die Arschkarte ziehen und... Ich hab mir vorgenommen, in dieser Folge auch mal in den Keller zu gehen. Ich trau mich zwar nicht, aber... Ich wusste gar nicht, dass das geht, aber ich hab den Hinweis bekommen, dass da... Lass mir da über eine Kellertreffe nach unten können. Hab ich gar nicht gesehen. Ich hab nur das Loch im Boden gesehen. Geht das schon wieder los? Hi, Bubi! Bubi, Bubi! Ich überlege... ...zu flüchten. Äh, was wäre eigentlich, wenn der jetzt auftaucht und ich renne schnell in den anderen Raum? Erwicht der mich dann auch noch? Käme auf einen Versuch an. Wenn der jetzt zum Beispiel hier auftaucht und ich renne ganz schnell in den anderen Raum... ...dann wäre ich... Ah, Chester! Hohohohoho! Hohohohoho! Hoop! So, Kenny! Du nervst langsam. Hohohoho! Hohohoho! Hohohohoho! Chester ist oft hier, hab ich gemerkt. Der steht hier und greift dann von hier an, wenn ich hier... Also, es ist echt ein fiestes Spiel. Ja! Hi! Chucky! Chackeline! 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 Die Emo-Chucky! Trink mal einen Schluck Käffchen, bis du weg bist! Hohohohohohoho! Mh-mh. 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 Ja, Folge der Chucky ins Paralleluniversum. Da könnt ihr schmutzige Dinge machen. Licht! Der Chester kam bisher noch gar nicht. Deswegen, ich geh jetzt mal noch nicht in den Keller. Ich will wenigstens diese Stunde in dieser Folge rum bekommen. Kann ja wohl nicht wahr sein, hier. Freunde. So nicht. Hohohohohohohoho! Wo bist denn du? Ist ja auch egal. Reicht ja. Den müssen wir ja nicht sehen. Den müssen wir nicht sehen. Aber sie sollten wir sehen. Wo ist sie? Und ich habe auch den Hinweis bekommen. Also wenn die Tür zufällt, zählt das als Bewegung. Und dann schnappt uns Bubi. Wie in der letzten Folge gesehen. Dummerweise. Diese Tür hier war das nämlich. Die ist mir ins Kreuz gefallen. Und hat mich angeditscht. Und Bubi hat die Chance genutzt. Na Chester ist ein bisschen inaktiv in dieser Folge. Damit ich kein Problem habe. Hallo Jacqueline. Ich gehe jetzt hier in den selben Raum. Bevor wir hier wieder... So sieht es aus. aus. Komm. Danke. Ah. Vor dem habe ich echt Schiss. Und ich höre ihn auch nur lachen. Ich sehe ihn ganz selten nur. Bitte Tür, fall jetzt nicht zu. Sonst kriege ich... Danke. Ich habe wieder ein bisschen zu nah an der Tür gestanden. Und dann eben. Stehst im Weg. Ich will den Lichtschalter betätigen. So. Danke. Oh ne. Langsam nervt es mich. Dieses kleine Arschloch. Das ist mir ganz schön lange nachgelaufen. Oh, diese 3... Diese Stunde 3... Die ist heftig. Ja, komm. Nervt mich nicht. Ich gehe jetzt in den Keller. Ich will wissen, was da unten abgeht. Soll ja noch irgendwelche... komische Scheiße passieren. Äh. So, die krabbelt hier runter. Wo ist denn hier ne... Ach, die habe ich echt nicht gesehen. Geht aber nicht auf die Tür. Hä? Ist ja noch was. Äh. Äh. Ah, warte mal. Was? Äh. At least I have... Okay. Wenigstens habe ich einige Freunde im Keller. Me. Chester. Mr. Tetters. Oh. Also, diese Tür habe ich nicht aufbekommen hier, die zum Keller führt. Die kann ich wohl doch erst ab einer späteren Stunde öffnen. Ich kann es nochmal probieren, aber ich glaube... Ich habe jetzt bestimmt 10 mal auf E gedrückt, aber... Hat sich nichts getan. Da wurde die einzige Tür hier. Ne, geht nix. Hi. Wo? Wo bist du? Ah, da bist du. Folgt mir auch überall hin, die Kleine. Hm. Ah, diese Stunde ist echt brutal. Vorher gedacht hier... Komm, drei Gegner ist kein Problem. Kinderspiel. Aber... Die drei halten mich hier ganz schön auf Trab. Ruhe, Handy. Danke. Danke. Oh, wie dunkel. Isn't this so fun? Ne. So. Gut. Gehen wir halt wieder unseren gewohnten Spaziergang. Ne? What the f... Danke. Die Taschenlampe, die ist echt... Boah, der ist hier noch nass. Ne, war auch nicht. Oh, Chester! Tja, tja. Scheiße, scheiße, scheiße. Wieso verfolgt er mich jetzt so lange? Ja, komm, gibts mir, gibts mir. Hier. Einer nach dem anderen. Stellt euch in die Schlange, ey. Wer mich killen will... Wer zuerst kommt, mal zuerst. Schackeline pickt sich die Rosinen aus dem Kuchen. Chester macht die Drecksarbeit, killt mich und dann denkt Schackeline noch mal, mir noch einen rein zu jagen. Unglaublich, unglaublich. Ich glaube, ich mach jetzt nur noch hier den ganz schnellen. Ha! Man kann's ja mal probieren, durch die Tür rauszukommen. Ne, ja, mal schön. Äh, uah. Doofen Chester, der war so schön ruhig die ganze Zeit. Jetzt geht er hier mir wieder pausenlos auf den Sack. Leute, diese Stunde schaffen wir in dieser Folge. Oh, sauber! Sauber! Schackeline ist da hinten. Schackeline ist da hinten. Hä? Schön. Das wird noch schlimmer. Stunde vier, Stunde fünf. Ich will gar nicht dran denken. Also, dieses Spiel werde ich garantiert nicht durchschaffen. Wo? Scheiß drauf. Da. Ist eigentlich egal, wo er ist. Aber ich will ihn in meinem Bild haben, weil er so lustig aussieht. Bubi! Das ist eine Scheißlache, der hat. Den mag ich gar nicht. Der hat mich bisher am meisten gekillt. Das kam mal wieder hier von rechts. Da steht er gerne mal. Beziehungsweise das... Ho, 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 ho. Hoi! Was machst du da oben? Du machst die ganzen Kissen dreckig mit deinen Schuhen. Ja, ja, deine Handschuhe sind sauber. Brauchst du mir nicht zu zeigen. Habe ich schon zehntausend Mal gesehen. Arschloch. Hat mir hier die Tür vor der... Schon wieder. Oh Gott. Ich... Ist das scheiße. Ey, langsam wird's scheiße. Ey, ja. Gibt's doch nicht. Ich muss irgendwie immer verhindern, dass das Licht ausgeht. Meistens bin ich draufgegangen, wenn hier das Licht aus war. Oder hier. Deswegen sollten wir immer den Rundgang machen. Möglichst schnell und... Geh auf, du schwule Tür! Oh, was... Jetzt los! Ich hänge in der Tür fest! Oh, ist ein Scheiß! Voll in der Tür festgepapscht! Oh! Die Türen in dem Spiel gehen mir ein bisschen auf den... Sink. Hä? Aber die Kleine ist so süß! Tschüss! Tüüüüüüüüüüüüüüüüüüüs! Trotzdem. kommt der Chester hier und dann erledigt sie noch hier... Hastet bald! Ich meine, gut, wenn du als Einzige hier auftauchst, soll mir das Recht sein. Aber wenn hier dein Flitzefreund kommt, dann krieg ich Aggressionen. Komm schon, verschwinde. Danke. Das ist schon wieder gefährlich, hier, Dunkelheit. Ah, Türsteher, Bubi! You kommst hier nicht rein. Oh, du kommst doch rein. Ich bin ein... Oh, nee, schon wieder du. Hopp, und stopp. Ich wüsste gern, ob ich jetzt rennen könnte, weil der war ja in einem völlig anderen Raum. Das wüsste ich gerne. Ich will sie jetzt aber nicht drauf ankommen lassen. Ich nehme an, ist egal, wo wir uns bewegen. Der bringt uns überall um. Sonst wäre es ein bisschen zu einfach wieder. Okay. Jacqueline, du mein Augenstern. Sing dir was vor. Oh, wer, wer, wer? Licht aus. Who's the fucking list... Listsalter. The listsalter is there and I have it angeswitcht. Oh, lucko mio. Schon wieder. Hau ab, Chester, du Arschloch. Ich hasse dich. Wie das Licht aus. Das geht jetzt immer schneller hier. Hier, Licht an. Aber hier haben sie schnell, du. Kollege. So. Wah! Wah! Dankeschön. Oh, du Schlampe, du. Hat das Licht an? Hat das Licht an? Oh, ich seh... Oh, ich seh... Ach, bist doch... Gefickte, Fick, gefickte, fickte Fick. Alter. Wie soll denn das noch weitergehen? Es wird ja unmöglich, das Spiel, ab Stunde vier, oder wie. Äh. Wah! Ah, Chester! Geh auf! Fuck, das war knapp. Oh, Mann. Überall... Schlampe. Ist schon wieder dieselbe Situation. Wo bist du? Da vorne. Ha, steht auf der Kiste. Die Shaki auf der Kiste. Hört sich an wie ein Roman von Astrid Lindgren. Shaki auf der Kiste. Ne? Was hältst du davon? Danke. Ach, Leute. Bitte. Lass mich das jetzt schaffen, hier. Wo bist du? Da bist du. Oh, scheiße. Ah! Schön. Schöne Geräusche machst du. Ganz stolz auf dich. Mubi! Wo? Wo? Hi! Schon wieder auf der Kiste. Shaki auf der Kiste. Ich glaube, du hältst sehr viel von meiner Roman-Idee. Hä? Ne? Spring dich ganz groß raus, du kleines Luder. Shaki in der stillen Ecke. Ein Fall für die Super Nanny. Ja, die Shaki wäre auf jeden Fall ein Fall für die Super Nanny. Da würdest du mal ein gutes Werk tun. Die würde sich dann vielleicht zu Tode erschrecken. Hey! Oh! Schäste! Komm her! Wow! Der ist mir ganz schön lange gefolgt. Diesmal wieder. Alter. Alter Vater. Nicht an. Nicht. Ah, dieses Spiel. Ich mag das. Es ist ein total simples Konzept, aber es fesselt. Es fesselt so sehr, dass ich hier schon ausspucke vor lauter Begeisterung. Sabber, sabber. Ist das ein schönes Bild? Oh, ein Schiffchen, oder was? Wo bist du? Hi! Wolltest du mir hier die Kunst mal betrachten? Kommst du. Kunstkritikerin Shaka-Line. Könnte auch eine Sendung sein bei Dreisat. Oder bei Arte. So. Na komm, jetzt lass doch mal diese Stunde endlich rumgehen. Hab doch mal ein Herz mit mir. Nein. Wo? Hi! Guckst du komisch. So, dann geh ich mal lieber wieder hier. Ein bisschen nach. Sie scheint mich, äh, umarmen zu wollen. Wie diese, dieser Gestus suggeriert. Danke. Tschaki. 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 Genau. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Ihr könnt ab 4 Uhr wiederkommen, aber jetzt lasst mich doch mal in Ruhe bis um Punkt 4 Uhr. Sorry, dass es jetzt so wenig passiert und ich nur hier rumstehe, aber irgendwie komme ich mir hier am sichersten vor. Ich habe wenigstens ein paar Fluchtmöglichkeiten in dem Zimmer. Tür auf. Die lasse ich am besten immer auf. Nein. Oh, da, da, da. Okay, da ist Jacqueline. Da, da ist Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline, Jacqueline. Jacqueline, Jacqueline. Oh, das war jetzt wieder so eine Stelle. Erst kommt gar nichts und dann spawnen sie alle auf einen Schlag auf. Das hat der Entwickler absichtlich gemacht. So. Na, vielen Dank. Endlich. Oh, ist das schön. Jetzt mag ich auch das doofe Klingeln der Uhr. Endlich. Ein kleiner Fortschritt. So. Wir machen Pause. Ich will nicht wissen, was hier als nächstes passiert. Jedenfalls freue ich mich. Es ist 4 Uhr und hier geht es in der nächsten Folge weiter bei Emily. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüssi.